Das Ulanenregiment Graf Feseler Nr. 11 war ein Kavalerieverband der Preußischen Armee, Verbandszugehörigkeit, 21 Armeekorps in Saarbrücken, Kommandierender General, General der Infanterie Fritz von Bilo 42, Division in Saarburg, Kommandeur, Generalleutnant Hasso von Bredow 42, Kavaleriebrigade in Saarburg, Kommandeur, Generalmajor Kurt Koscielski von Ponoschau Regimentsinhaber, Generalfeldmarschall Gottlieb von Heseler, Regimentskommandeur, Major Ebner Stiftungstag, 7. Mai 1860 Garnison, Saarburg Aufstellung Mit allerhöchster Kabinettsorder vom 12. Mai 1860 wurde die Aufstellung eines dritten kombinierten Ulanenregiments befohlen. Dazu mussten jeweils eine Eskadron abgeben Ulanenregiment Nr. 3. Ulanenregiment Nr. 6. De Curassia Regiment Nr. 6 Curassia Regiment Nr. 7 Geschichte Das neue Regiment wurde auf die Städte Perleberg, Küritz und Wusterhausen verteilt. Ab dem 4. Juli 1860 erhielt der Verband die Bezeichnung 2. Brandenburgisches Ulanenregiment Nr. 11. Nach dem Ende des Krieges gegen den Deutschen Bund verlegten die Ulanen in die neuen Garnisonen Altona, Wansbik und Itzehoe, wo sie bis 1873 verblieben. Nach der Rückkehr aus Frankreich, wo die Einheit anlässlich des deutsch-französischen Krieges den Okkupationsstreitkräften zugeteilt gewesen war, bezogen die Ulanen erneut die ursprünglichen Garnisonen in Perleberg, Küritz und Wusterhausen. Mit dem 1. April 1890 verlegte das Regiment in seine letzte Garnison nach Saarburg in Lothringen, gemäß A. K.O. Vom 10. Mai 1899 wurde dem Generalfeldmarschall Graf Heseler die Inhaberstelle des Regiments übertragen. Am 18. Mai 1903 wurde dem Regiment von Wilhelm II. der neue Name Ulanenregiment Graf Heseler Nr. 11 verliehen, den es von da an als seine letzte Bezeichnung führte. Deutsch-Dänischer Krieg Im Krieg gegen Dänemark 1864 wurde das Regiment ab Februar in Schleswig eingesetzt. Es nahm am Sturm auf Düppel teil und setzte auf die Insel Alsen über. Deutscher Krieg Im Krieg gegen Österreich 1866 kämpfte das Regiment in Böhmen und nahm am 3. Juli 1866 an der Schlacht bei König Gretz teil. Es zeichnete sich am 15. Juli bei Nikulsburg in der Attacke gegen eine kombinierte österreichische Kürassierbrigade aus. Deutsch-Französischer Krieg Im Deutsch-Französischen Krieg verblieb die Einheit zunächst in der Reserve und versah bis August 1870 den Küstenschutz an der Nordsee. Ab September 1870 rückte der Verband nach Frankreich ab, kämpfte vor Metz bei Reims. Vom 13. bis 18. September bei der Einschließung von Thule und lag vom 18. Oktober bis 8. November bei der Belagerungsarmee vor Paris. Im November 1870 erfolgte die Verlegung zur Südwestarmee mit Kämpfen gegen die französische Loireme in der Schlacht von Lehmanns und Thurs. Nach dem Waffenstillstand verblieben die Ulanen bis Juli 1873 bei den Besatzungsstruppen in Frankreich. Erster Weltkrieg Zu Beginn des Ersten Weltkriegs rückte das Regiment am 3. August 1914 mit seinem Schwesterregiment, dem schleswig-holsteinischen Ulanenregiment Nummer 15, mit dem es nahezu während des ganzen Krieges im Verband der 42. Kavalleriebrigade bleiben sollte, an die Westfront aus. Zunächst versahen die Ulanen Grenzschutz in Lothringen, um dann im September auf Amins und Konkienje vorzurücken. Nach der Maneschlacht und dem damit verbundenen Rückzug nahmen die Ulanen am sogenannten Wettlauf zum Meer teil und kämpften danach, zum Teil schon abgesessen, bis zum Dezember 1914 am rechten Flügel der Deutschen Front in Belgien und Nordfrankreich. Im April 1915 verlegte der Verband in die Vogesen und kämpfte abgesessen am Hartmannsweilerkopf. Danach versah das Regiment bis Mitte 1916 rückwärtige Dienste in Belgien, bevor es am 15. Dezember 1916 an die Ostfront verlegt wurde. Hier kämpften die Ulanen teilweise im Stellungskampf vor Dünaburg in Estland und Liefland. Im Frühjahr 1918 erfolgte die Rückverlegung an die Westfront, wo die Pferde abgegeben und die Einheit ab Mai 1918 als Kavallerieschützenregiment infanteristisch eingesetzt wurde. Verbleib nach dem Ende des Krieges rückte das Regiment im Dezember 1918 in Osterburg ein, wo es anschließend demobilisiert und aufgelöst wurde. Die Tradition übernahm in der Reichswehr die 3. Eskadron des 11. Reiterregiments in Gera Uniform. Die Ulanen trugen einen dunkelblauen Ulanca genannten Waffenrock. Dieser war mit polnischen Aufschlägen versehen und wurde zur Parade mit einer aufknöpfbaren Paraderrabatte ausgestattet. Zur Parade wurde ein weißer Rosshabusch an der Czapka befestigt. Auf den Schulterstücken und Epauletten befand sich die Regimentsnummer. Die sogenannte Abzeichenfarbe des Regiments war Zitronengelb. Von dieser Farbe waren die Paraderabatte der Ulanca und der Czapka, die Epaulettenfelder und Passanten. Ebenso die Ämmelaufschläge, die Passpilierung und der Kragen, die Knöpfe und Beschläge waren Messingfarben. Von der linken Schulter zur rechten Hüfte lief ein weißes Bandelier mit schwarzer Kartusche. Die Reithose war Anthrazitfarben. Bereits mit AKO vom 14. Februar 1907 befohlen und ab 1909 1910 schrittweise eingeführt, wurde anlässlich des Kaisermanövers 1913 die bunte Uniform erstmals durch die Feldgraue Felddienstuniform ersetzt. Diese glich vollkommen der Friedensuniform. Das Lederzeug und die Stiefel waren naturbraun, die Czapka wurde durch einen schilffarbig genannten Stoffüberzug bedeckt. Das Bandelier und die Kartusche wurden zu dieser Uniform nicht mehr angelegt.